Ich soll mal nur schleppen. Ich will nämlich, dass die hier das ganze Sach hier anfangen, alles schön ins Lager zu bringen. Ich hoffe nicht, dass es nur einen bestimmten Radius gibt für das Sach-Einsatz, sonst kotze ich nämlich. Also wenn ich hier jetzt sage, reiß hier hinten Holz ab, das ist von da hinten nach da vorne tragen. Ich hoffe es. Ja, ja, alles Baustelle hier, du Kerle, 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 Kerle. So, wie sieht es aus, können wir wieder Leder machen? Sehr schön. Dann machst du mir mal drei leider nur, gehen, schade. Craft. Ah, jetzt sind wir fast wieder durch. Ja, dann kannst du hier wieder 15 machen. Ähm, was sieht es hier aus? Zwei brauchen wir da, dann kannst du hier sechs davon machen. Daily Update. Ach nö, wegen drei, krass da aus. Weil hier kommt dann, ne, der Koch kommt ja da rein, habe ich gesagt, ne? Stimmt ja. So, dann bestimmen wir das Feld, da kannst du jetzt, äh, Korn? Machen wir da Korn? Oder Karotten? Eher Korn, ne? Ich glaube, Korn brauchen wir öfters zukünftig. Nein, Quatsch, das war Weed, was wir zukünftig brauchen. Weed. Exchange for one, äh, accept. Ah ja, okay, das war ein guter Deal. Okay, ich kann nicht ganz vorstellen, was der will. Zwei Mean Beds, ja. Der Trader returns. Accept. Perfekt, guck mal, was wir da haben. So, es wird auch langsam. Nur das Haus, da bauen sie gerade irgendwie wieder nicht weiter. Mann! Brücke auch nicht. Meine Fräse. Unsere Schlepper, wo sind die eigentlich? Ha. Ja, das trägst du rein, was ist da mit drüben? Da ist auch noch Holz. Wartet mal, ich habe eine blöde Befürchtung. Reiß das mal ab. Ich kann es mir nicht vorstellen. Haben wir, haben wir kein Holz mehr im Lager, oder wie? Oh. Schlecht. Doch, Holz haben wir noch im Lager. Guck mal, wie viel sogar. O-Clock, Tunable Lock. Passt ja alles. Was? Ist das noch in der Haustier? Ja, und unten hat das Fleisch. Musst du was holen. Freak. Was haben wir da drin? Ah, das ist auch von der, genau. Passt. Okay, nee, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Warte mal, ich vergröße mal noch kurz nochmal dein Jagdgebiet. Auf, äh, auf, äh, da hinten vielleicht. So ein bisschen weiter weg. So. Kriegen wir ein bisschen mehr Leder zusammen. Gut. Wir haben das Haus ausgebaut. Das wird gebaut. Das wird gebaut. Das Brückenprojekt ist eine Arbeit. Mehr oder minder. Ne, da hinten laufen sie hin. Okay, finde ich gut. Du sammelst sie. Du bist ein Farmer zum Teufel. Ach, weil du gerade arbeitslos bist, so nach dem Motto. Äh, ja, was ist das hier? Hallo? Und die Karotten hier, die sind... Small, bitter. Okay. Nix gesagt. Delicious. Ah, das ist wieder was ins Netz gegangen. Das erlägt da gleich wieder. Wow. Und dann sterben sie. Oh, richtig. Ich habe hier drin die Sache vergessen. Oder... Oh, jetzt können wir eigentlich gucken, ob die da hinten hinlaufen. Klappt das? Klappt das? Läuft da noch einer durch? Ja, perfekt. Ne, da brauche ich gar nichts umpflanzen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Pff. Nehmen wir Glück gehabt. Laufen da einfach durch. Oh, bin ich froh. Laufen da einfach durch. Sehr schön. Aber das nächste Mal, weil sie ein bisschen nimmt das auf. Allein schon aus optischen Gründen. So. Warte mal, mache ich erstmal einen Stuhl hin. Weißt du, sind sie gerade, ne? Dann mache ich hier lieber ein bisschen mehr Abstand. So. So. Und dann Tisch. Ne, es waren die falschen. Die hier muss ich nehmen. Und dann die hier. Hallo? Danke. So. 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 Ist genauso lang, dann ist es gut. Dann brauchen wir noch den Stuhl hier. Wart mal, ne, das da vom Eingang, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Zip. Kurz ein bisschen Vogelperspektive. Dann sehen wir das ganz ähnlich bisschen besser. Nicht so, ob wir uns da verklicken oder so. Ich kann keine Ambitionen jetzt dafür. So. Und dann hier gleich. Weil wir da reinkommen, das ist eigentlich scheiße, ne? Ich tue den wieder weg. Und den auch. Und die da oben auch. Wobei, die da oben gehen jetzt wieder. Laufen halt über den Tisch knallhart. Ihr Freaks. Sieht schön aus, doch. Demnächst haben wir auch ein Koch. Ich hoffe, unseren Kollege hier. Hat der hier keinen. Oh shit, Constructions. Ja klar, der muss ja jetzt mal hier und her laufen. Das dauert er ewig. So. Ganz vergessen. Jetzt muss er bei dem auch rein. Äh... Eisen muss aber auch da noch rein. Ein Schwerter, hätte ich mal gesagt, gehabt noch. Na, 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 na. Und das. So. Ist zwar kein Blacksmith in der Hinsicht, aber... Ähm... Ein paar Sachen hat er auch, die wir mit berücksichtigen müssen. Wo noch rein müssen. So, das sollte ausreichen erstmal. Und den Stauplatz für so viel würde er erstmal nicht bauen. Ah, der baut da, der baut da. Ja, will der jetzt aber die Wand bauen? Das baut die wahrscheinlich erstmal die Treppe fördern. Ich gehe die Treppe wieder runter, aber da baut die Dings hoch. Die Wand wahrscheinlich, behaupte ich mal. Ah, hier geht's langsam auch. Schleppend vorwärts, aber es geht. So, ähm... Beleuchtung müssen wir allerdings auch noch ein bisschen anbringen. Ist mir gerade aufgefallen. Eigentlich haben die immer so pervers. Sieht total überfüllt aus. Fällt mir persönlich nicht mehr. Äh... Warte mal, 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 warte mal. Wir haben dich, ne? Außerdem stehst du eh falsch. Hallo? Was ist denn? Danke. Hauen wir mal eins. Wir setzen dich zwei so hin. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze da verhält. Nebenbei Blacksmith machen wir das nächste Experiment. Ähm... Und zwar nämlich, werden wir die... Da setzen, die Feuer hier. So. Ein zwei weg. Ich glaube, so soll es nicht vom Abstand her passen. Dann müssen wir mal ein bisschen abzählen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn. Vom Abstand her. Ich glaube, so in den Abständen sieht es besser aus, weil das da drüben ist. Ja, voll, das gibt Fummele hier. Ach, weißt du was? Tu das mal weg. Das. 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 Und das. Und den müssen wir auch versetzen, weil das sieht doof jetzt aus. Wer kommt dann, wenn dann hier hin? So. Na? Das ist ein bisschen abgespeckter aus. Sieht nicht so überfüllt. Das ist hässlich. Gefällt mir persönlich nicht. Nicht so. Nein, 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 nein. No, 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 no. So. Wir speichern mal wieder kurz zwischen. Eigentlich hätte ich mal gesagt. Äh... Hier waren wir. Genau. Override. Ja. So. Und auch hat sie auch in einem kurzen Kack gemacht. La, la, la. Kriegt ja keiner was mit. Hi. Apropos, äh... Sie sind Minenarbeiter. Noch Geschäft? Brauchst du wieder? Ah, nee. Der hat eigentlich noch. Das geht. Und eine Tasche Tiefe auch schon gewesen. War da Eisen vorhanden? Oh, verdammt. Alter, wir brauchen Eisen. Dann müssen wir weiter den Berg rein. Geh nicht, Anas. Da kriegst du schon... Alter, das schafft schon seit Stunden, Jahren in der Mine. Schon Stunden, vielen Jahre. Da liegt Holz. Da brauchen sie gerade nicht weiter. Was? Zur Hölle? What the fuck? Die schwimmen? Äh... Äh... Okay. Ah ja. Egal, die machen die schon. Hoffentlich stirbt keiner dabei. Das wäre jetzt fatal. Oh, ich hoffe, das war jetzt hier kein Fehler, Mann. Ich hoffe, das war jetzt hier kein Fehler. Achso, ich muss das Gebäude wieder abreißen. Müssen wir das neu planen. Hier ist mir echt gewünscht gehabt, dass es so nah dran ist. Gut, da sind sie noch beschäftigt, genau wie hier. Da sind sie... Ja, das dauert auch noch eine Weile, bis sie das fertig haben. Oh Gott, 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 oh Gott Ich hoffe, wir kriegen heute jetzt wieder einen. Haben wir eben drei Farmer. Sollte funktionieren. Yes. Und wen? Chopper Northpoint. Mr. Chopper Northpoint, ich heiße herzlich willkommen in Oakwood. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Mr. Chopper. Arrived around to sell. Ja, mach mal langsam. Das verkaufen wir erst mal. Und zwar das. Und zwar das. Das. Fünf, sechs. Gut, kaufen. Tin-Ohr, Iron-Ohr. Schon teuer. So, das wär's. Ah ne, sie bauen hier. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück. Feuer. Apropos, was hat unsere Tandier zu tun? Dann kannst du nur mit 18 Stück verarbeiten. Hier, zack. Äh. Was können wir hier wieder machen? Zwei. Dann machst du nochmal. Ich glaube, das ist jeder ausgestattet. Ne, lass mal. Hat jeder jetzt einen Anzug? Von euch? Ich glaube, ja, ne? Cooler Shit. So, was können die eigentlich sonst noch basteln für Sachen? Helm brauchen wir jetzt keinen. Lightweight Protection for your head. Extra Padding for your Nogi. Brauchen wir Wolle dafür. Ich könnte jetzt ein bisschen Dekogramm basteln. Ich weiß nicht, wie viel können sie denn da machen? Oh, Gott. Äh. 10, 15. Sind 45. Ja, das geht. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah ja, die... Das wächst doch auch gerade immer, oder? Täuscht mich das. Ah, jetzt braucht man von hier drüben. Ich hoffe, der scheitert jetzt nicht. Eigentlich haben sie bis hierhin gebaut. Jetzt waren sie da. Pup, geht nochmal. Statische Gründe und so, ne? Kracht ein. Nein! Wer war widerlich? Da bräuchte man irgendwie eine Evo, einem das anzeigt. No, 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 no. Stützpfeiler. Yes, 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 yes. Bin ich mal gespannt. Sonst reichen hier ein paar Stützpfeiler an den Kanten gerade runter. Ist ja kein Stress. Vor allem, wir laufen halt immer den übelsten Weg, ne? Bis wir da sind. Weil die Brücke, der wird uns halt schon viel erleichtern vom Weg her, ne? Also was wir hier uns einen Weg sparen, aber man sieht es... Ah, da räumen sie langsam auch jetzt weg. Das finde ich gut. Wie gesagt, die zwei, wo nur aufräumen. Perfekt. Nichts Besseres gerade. So, erstmal futtern. Wie sieht man so ein Blacksmith aus? Hat er tatsächlich Level 2? Ist er noch beschäftigt? Ja, er kann echt einen Koch erstellen. Perfekt. Hau rein. Sehr gut. Ich hoffe, das Haus hier wird fertig. Das macht mir immer noch am meisten Sorgen gerade. Gut, und das im Grunde auch. Wenn das nicht klappt, klappt das auch nicht. Vor allem das hier. Da ist die Treppe innen drin. Ah! Ich glaube, das haben sie echt gefixt bekommen. Ich habe doch da drin extra... Ach so, aber gut. Wenn die draußen essen wollen, ist das auch kein Stress. Haben nicht extra hier einen Speisesaal gemacht und alles? Na? Ja, laufen wir über den Tisch! Ich glaube, die brauchen mehr Platz. Ah, guck mal, der kann ja nicht hinten durchlaufen. Und quetscht sich noch rein. Da sind sie alle schön nebeneinander. Und später kommt das Ganze ja dann im Grunde da rein. Also hier rein wird dann ein Vorratsraum sein. Allerdings in Kisten. In den Lederkisten und hier das andere. Apropos, da können wir eigentlich kurz gucken. Das könntest du mir eigentlich auch noch machen. Was wir gerade davon haben, wie sieht es mit Leder aus? Ah, das ist nicht viel. Alter, wir brauchen mehr Leder. Scheiße. Das Leder würde ich gerne hochschieben. Und dann müssen wir kurz... Äh, das war falsch. Kurz zu ihm nämlich. Würde ich dann gerne noch ein paar Kisten bauen. Eins, zwei, drei, vier. Market können wir machen. Hau mal raus. Werden mich interessieren, wie es funktioniert. Blue Market Store. Merchants können visit this store, buy and sell goods. Oh, perfekt. Können wir scheiße, die wir nicht brauchen, verkaufen. Äh, das dürfte der gemacht haben. Das heißt, wir können jetzt... Dich? Level 4 Farmer, Level 2 Farmer. Ich würde auf dich verzichten. Spooncrafted by the Manson. Was? Hat er es noch nicht gemacht? Wie... Junge. Alter, hallo? Hast du... Was, 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 was macht der? Du sollst nicht bauen, du sollst nicht minen. Ich glaube, jetzt geht's los. Hast du einen Knall? Geht deinem Job nach. Dein Job nach. Meine Fresse. Geht besser, was du tun, wie so ein Scheiß. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich kann schon was im Anschluss jetzt gleich wieder machen, aber das hat Prio. Als ob du da keinen Stein drin hättest, willst du mir jetzt verarschen. Jetzt läufst du extra da hoch und holst einen Stein. Obwohl, da ist wahrscheinlich ein Stein drin. Also, Junge, wenn da Stein drin ist, dann gibt's das Maul. Okay, da ist Eisen drin, sagt nix. Lehm. Kohle. Lehm. Lehm. Da ist ein Stein. Da ist wirklich so ein fucking Weg. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Und so ein Stein, weil es das behindert. Wie sieht eigentlich das Projekt? Ich baue die Brücke hier. Wie sieht es jetzt komisch aus? Mal ehrlich zu sein. Ich hab's blöde Gefühl, das wird so nix. Blub, 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 blub. Läuft halt unter Wasser lang. Was ist denn das? Ein Worker. Blub, blub, blub. Oh, schon ist das Holz, oder? Was hast du vor? What the fuck, Alter? Aber krepier mich nicht. Blub, 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 blub. Ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Eine, wo läufst du jetzt hin zum Henker? Hier einmal schön gechillt außenrum. La, 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 la. Und hier rüber hoch. Halt doch die Schnauze. Ach, dann baut man das hier runter. Baut das hier hoch. Oh mein Gott. Ja, macht. Ist okay. Wenn ihr meint. Ich lasse euch. Ich hab da keine Ahnung von. Ich geb's nur nen Auftrag. Koch haben wir da. Da haben wir den. Da haben wir den. Und einen Blacksmith haben wir noch nicht. Ne? Apropos Blacksmith. Jetzt ist es ja soweit. Du kriegst einen neuen Job. Tada! So, im Gegenzug brauchen wir noch einen dritten Feldarbeiter. Und zwar dich. Äh, ne, das wollte ich jetzt nicht. So. Perfekt. So. Dann kannst du nämlich das holen, das holen. Und dann kommt hier nämlich der Koch rein. So. Da haben wir nämlich. Bau. Bau. Level 2. Okay. Cornmeal. Du fine powder. Okay. Und das ist das. Da können wir Eier machen. Das kann man allerdings gar nicht. Und dann können wir nochmal. Grassblaze, Stone Cold Rune. Das war das, glaube ich. Genau. Okay. So. Da hat er es nicht gerade nen Auftrag bekommen hat. Jetzt müssen wir kurz gucken. Halt, das war beim Haus. Und zwar hier. Leder. So. So. Genau. Vier Stück nämlich. Dann kommt das ganze Futter rein. Dann kann es sich aus den Kisten hier im Gegenzug wieder raus und wieder reingetragen. Dann kann es sich aus den Kisten hier in 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 den